Was ist die Zukunft der Bundestag? Auch wieder eine massive Polizeidemonstration stattfindet und niemand da, der sie kontrolliert und niemand sonst da, nur Polizei. Fällt Ihnen was auf? Fällt Ihnen das, nein an mir, fällt Ihnen was auf? Fällt Ihnen nicht das Fragezeichen in meinem Gesicht auf? Ein großes Fragezeichen wie nichts anderes fällt mir mehr ein.